Früher habe ich gesagt, die Meinung von dem, die gefällt mir nicht oder ich habe eine andere Meinung. Aber jetzt sagt man, der hat problematische Ansichten. Und was bedeutet das im Subtext? Im Subtext bedeutet das, seine Meinungen sollen nicht gehört werden, weil die sind vielleicht gefährlich. Und das ist gefährlich und das ist problematisch. Genau diese Inflation des Begriffs problematisch. Ich will den nicht mehr hören. Ich sage das auch zu meinen Freunden. Jeder, der mir sagt, irgendjemand sei problematisch oder irgendein Essay sei problematisch, sage mir, was dir nicht gefällt, aber sage nicht problematisch. Das problematisch macht mich wirklich irre.